Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem kurzen Video möchte ich einige vordefinierte Funktionen von JavaScript vorstellen. Es gibt sehr viele zu allen möglichen Zwecken, aber zumindest einige davon möchte ich hier kurz ansprechen. Eine der Funktionen, die wir schon sehr früh kennengelernt haben, war document.write. Da ist noch ein bisschen was Ungewöhnliches drin, nämlich dieser Punkt, den wir ansonsten bei den Funktionen bislang nicht gesehen haben. Ihr seht hier, dass der bei etlichen von diesen Funktionen auftaucht. Und das liegt daran, dass es sich bei diesen Funktionen um ganz spezielle Funktionen handelt, nämlich sogenannte Methoden von Objekten. Die werden wir aber erst in der nächsten Woche kennenlernen. Wir können die für den Augenblick genauso behandeln, als wären das normale Funktionen. Document.write haben wir schon kennengelernt. Dieser Funktion übergibt man eine Zeichenkette, die dann in das HTML-Dokument ausgegeben wird, in dem unser JavaScript-Code ausgeführt wird. Die zweite Funktion, die wir schon kennengelernt haben, war das Hinzufügen von Elementen zu einem Array. Da können wir einfach einen Wert, oder übrigens auch etwas komplexeres, einem Array hinzufügen, indem wir die Funktion a.push aufrufen. Vorausgesetzt natürlich, dass wir ein Array namens a haben, das wir zuvor deklariert haben. Dann haben wir schon einige Interaktionsfelder gesehen, also Möglichkeiten, damit der Benutzer etwas eingeben kann. Dazu hatten wir die Anweisung prompt kennengelernt. Der wird zwei Zeichenketten als Parameter übergeben. Die eine ist die Zeichenkette, die oberhalb des Eingabefelds angezeigt wird, während die zweite Zeichenkette, die wir meistens leer gelassen haben, die Zeichenkette ist, die das Eingabefeld als Vorbelegung erhält. Prompt liefert einen Rückgabewert. Document.write und a.push lieferten keine Rückgabewerte. A.push ändert das Array, aber es liefert keinen Rückgabewert. Prompt dagegen liefert einen Rückgabewert und mit dem können wir dann weiter arbeiten. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass wir mit dem, was der Benutzer eingegeben hat, auch irgendetwas machen können. Mit Alert, so hatten wir gesehen, können wir ebenfalls Zeichenketten ausgeben. Wir haben in einem der letzten Videos gesehen, dass da ein kleines Fensterchen aufpoppt, in dem die als Parameter übergebene Zeichenkette angezeigt wird. Diese Funktion ist ansonsten nicht sonderlich spannend, aber sie hilft uns sehr gut dabei, wenn wir zwischendurch einfach einmal schauen wollen, welchen Wert eine Variable gerade hat. Für das sogenannte Debugging, um Fehler zu finden, ist das immer sehr hilfreich. Man denkt, dass in einer Variable ein bestimmter Wert stehen müsste und um das zu überprüfen, kann man diese Variable einfach einmal mit Hilfe von Alert ausgeben. Dabei muss man keinen HTML-Code um die Zeichenkette herumschreiben, sondern man kann einfach eine Zeichenkette oder einen Wert übergeben, der dann in diesem kleinen Fensterchen erscheint. Und dann kann man mal gucken, welchen Wert die Variable gerade tatsächlich beinhaltet. Einige andere Funktionen, die ich ganz kurz ansprechen möchte, sind mathematische Funktionen. Diese schreibt man nicht einfach nur als Sinus, wie wir das aus der Schule kennen, sondern man muss immer dieses Math-Punkt davor schreiben. Einen Grund dafür werden wir in der nächsten Woche kennenlernen. Also für uns heißt diese Funktion dann Math-Punkt sin und der übergeben wir natürlich eine Zahl, denn der Sinus kann nur von Zahlen sinnvoll berechnet werden. Die Funktion liefert den entsprechenden Rückgabewert zurück, den wir wieder in einer Variable speichern können. Die Variable Zahl, die ich jeweils übergebe, sowie die Variable Wert, in der ich stellvertretend immer die Rückgabewerte speichere, müssen natürlich genau wie in dem Code links auf der Folie die Zeichenketten und so weiter vorher deklariert worden sein. Und in den als Parameter übergebenen Variablen müssen sinnvolle Werte stehen. Wir könnten auch Konstanten übergeben, zum Beispiel eine Zahl wie 3,1415926 und würden dann den Sinus, den Tangens oder den Cosinus davon berechnen. Wir können auch die Wurzel einer Zahl berechnen, indem wir die Funktion Math-Punkt sqrt square root benutzen. Was sie als Rückgabewert liefert, dürfte klar sein. Zum Abschluss noch eine Funktion, die wir auch auf dem Aufgabenblatt benötigen, nämlich die Funktion Math-Punkt floor. Auch der können wir eine Zahl übergeben, und zwar eine, die Nachkommastellen besitzt. Immer daran denken, dass wir hier den Dezimalpunkt verwenden müssen. Übergeben wir dieser Funktion beispielsweise den Wert 3,14, wird dieser Wert abgerundet, floor, der Boden, es käme also 3 als Rückgabewert zurück. Diese Funktion, die ich gerade auf der Folie vorgestellt habe, findet ihr auch im Beispielcode, den wir als ZIP-Datei in den Vorlesungsunterlagen bereitgestellt haben. Das ist nichts Spannendes, nur dass man einmal sieht, wie sie verwendet werden. Wer Spaß daran hat, kann sich die gerne einmal angucken und damit herumspielen und auch auf den Webseiten von webkompetenz.de nachschauen, was es sonst noch so gibt. Ansonsten werden wir aber auch noch Beispiele in den Aufgabenblättern kennenlernen. Das soll es mit diesem kurzen Video dann auch schon gewesen sein. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.